Hallo YouTube! Vor zwei Jahren hatte ich ein Video über einen Saugroboter gemacht und den Text von SpeechEllo lesen lassen. Jetzt, zwei Jahre später, möchte ich mal schauen, ob sich die Qualität verbessert hat oder ob es für die deutsche Sprache weiterhin keine Alternative für ein VoiceOver ist. Als erstes fällt mir auf, dass es nun auch eine AI Voice für Deutsch gibt. Das war vor zwei Jahren noch nicht so. Diese IGAI-Stimme namens Lina spricht auch den aktuellen Text. Und schon beim ersten Versuch fällt mir auf, dass diese Stimme viel einfacher einzusetzen ist. Ich muss keine Steuercodes für zum Beispiel Atmen eintragen. Das übernimmt der Algorithmus hinter der künstlichen Intelligenz ganz gut. Nur mit Abkürzungen wie IGAI, was ja für Artificial Intelligence, steht und im deutschen KI für Künstliche Intelligenz, steht, tut sich die erstellte Stimme sehr schwer. Genau an der Stelle versuche ich nun durch ein paar Satzzeichen es besser hinzubekommen. KI 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 Man muss also ein bisschen mit dem Text spielen und die Vorschau- oder Besservorhören-Funktion nutzen. Blind einen Text zu übernehmen ist sehr ungünstig. Bleibt für mich die Frage, ob Microsoft nicht selber ein besseres Features hat. Somit verabschiedet sich Lina und wir schwenken um auf. Laut Vorlesen-Funktion, welche direkt in Word integriert ist. Das Ganze hört sich dabei ein bisschen so an, wie der Text von Speechelow von vor zwei Jahren. Ich nutze hier dabei einen Windows-11-Rechner und Word-Version 22.06 aus dem Microsoft 365 Account. Auf Dauer und als Stimme aus dem Hintergrund für ein YouTube-Video nicht wirklich zu gebrauchen. Außer man möchte seinem Video irgendwie so ein Retro-Hacker-Image geben. Also noch ganz schnell zu dem Problem mit der Abkürzung. KI KI Auch dieses scheint Word nicht anders zu machen. Alles in allem ist Word aber nicht ganz so schlecht. Nur so zum Vergleich. Und hier ein freier TTS-Reader aus dem Internet. Ich glaube ich brauche diesen nicht viel mehr lesen lassen. Auch wenn ich mich freue, dass es sich hierbei um einen kostenlosen Service handelt. Jetzt nochmal zum Vergleich Anke. Eine der nicht eingestützten Stimmen von Speechelow. Als Fazit bleibt also, dass die Auswahl gestiegen ist und durchweg nutzbar. Aber sicherlich weiter viel Potenzial offen ist.